Dalmeria Z ist aus dem Talube, den sicher alle kennen, von Christian Allmann. Für mich war Talube ein Ausnahmehengst, ein Ausnahmespringpferd. Er hatte einen Beschleunigungseffekt aus der Wendung für ein Ochsen zu springen, den ich noch nie gesehen habe. Er war so schnell, vielleicht Ulis konnte das, aber nicht gerade so viel Qualität wie Talube, aber auch. Valmeria ist wieder die Stute, wo ich schon mehrere gute Pferde habe draus, also wieder Valmeria, das ist eine mit Granus drin und die Stute hatte ich einfach sehr gern und sie ging mir früh aus dem Sport und habe ich gedacht, ich muss Fohlen haben und diese, wenn nur ein, zwei gut kommen und es sind fast jeder nach ihr, ist jetzt, fängt an zu springen und Talube hat mir Christian Allmann mal gesagt, er bringt Ausnahmepferde, nur kann er nicht verstehen, dass sie niemand will als Hengst und das hat mich natürlich angesprochen, ihn gerade zu nehmen. Von der Stute denke ich, dass sie einfach sehr viel Qualität hat. Sie ist sehr grün, weil sie einen Fohlen gehabt hat. Ich glaube einfach, sie hat alle Qualitäten, sie wird auch super vorsichtig, hat viel Kraft, super Galopp, sie ist sehr schön zum Reiten, ein gutes Maul und ein ganz, ganz guter Kopf.